So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich soll da Raid am Mittwoch kommen, aber es ging sich nicht aus. Donnerstag ging sich nicht aus, Freitag lädst es halt mal hoch, damit es die Woche noch kommt. Wieder neues Event, geht sich nicht aus. Also machst du erst das Infovideo und schiebst diesmal Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag auf Samstag. Das ist richtig genial, dafür muss alles andere auch verschoben werden. Aber hey, ihr wollt die Infos, ihr wollt die sofort, weil dann guckt ihr die nämlich nicht mehr und da brauche ich auch nicht so viel drüber reden. Thomas sagt, mach es doch direkt einen Tag vor dem Event, aber wenn ich jetzt bis zum 5. Oktober warte, wer weiß, was da wieder für tausend Sachen sind. Äh, bis zum 4. Oktober, sorry. Deswegen, eigentlich musst du es direkt raushauen und ihr müsst es euch in den Kalender schreiben und dann ist alles getan. So, das Event Gala Expedition bringt Änderungen am täglichen Abenteuerrauch mit sich. Und wir haben hier ein super Bild mit den drei Gala-Vögeln. Und die sind krass, denn so viele Leute haben immer noch keinen einzigsten Gala-Vogel bei sich in der Box. Haben noch nicht mal einen gesehen, hatten noch nicht mal die Möglichkeit, einen zu fangen. Andere haben die schon so oft gesehen, aber die fliehen jedes Mal. Und jetzt werden die als Shinies eingefügt. Und das ist richtig krass, also eingeführt. Und wir sehen auch Zama-Zent da. Und Zama-Zent da wird auch als Shiny eingeführt. Also auf diesem Bild eigentlich nur coole Sachen. Wir haben ja jetzt momentan noch Groudon als Raid-Boss. Da versuche ich noch XL zu sammeln, dass ich den nach 50 ziehen kann. Meinen, den ich zur Prodomorphose immer herhole. Danach, wissen wir, kommen Sackjahren. Ende September in die Raids mit Shiny-Einführung. Und es war eigentlich abzusehen, dass es im Oktober genauso weitergeht mit Zama-Zent auch als Shiny erstmals verfügbar. So, ich finde den Hund mit den Bockwürsten natürlich irgendwie lustiger. Obwohl der hier stabiler aussieht. Was ist euer Favorit? Schreibt es mal rein. Aber das wäre dann das erste Event im Oktober, obwohl wir im November, im September jetzt sowieso noch zwei, drei Sachen haben. Forschungstag, nächstes Event, wo erstmal Sackjahren eingeführt wird. Aber Niantic haut jetzt so früh die Sachen raus. Da kommt man ein bisschen durcheinander. Gala-Expedition. Freitag, 4. Oktober, 10 Uhr. Bis Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr. Das läuft also wirklich eine komplette Woche. Das ist cool. Manche Events gehen ja nur von Freitag bis Montag oder so. Da hat man viel weniger Zeit. Aber in der Woche spielen die Leute eh nicht so viel wie am Wochenende. Wilde Pokémon. Das ist für mich immer wichtig. Was sitzt denn in der Wildnis rum? Wo muss ich nicht auf Aufgaben achten? Wo muss ich nicht nach Eiern gucken? Wo muss ich nicht irgendwas raiden? Wildnis. Nidoran. Männlich. Weiblich. Abra. Magnetilo. Jetzt wollte ich sagen, alles kann nur Pokémon. Dann kommt Weilmar. Ok. Seemobs. Stolunior. Tarnel. Scheinux. Tarnpignon. De Denne Wolli. Mit etwas Glück auch. Schanera. Absolonemolga. Tarnpignon. In den Döner Rates der Stufe 3 dann drin. Kriegt auch noch seine Megaentwicklung dann. Da könnt ihr nochmal ein paar Bonbons machen. Ein paar Shinies fahren. Da kann man nicht genug haben. Scheinux. Grüße an Silvio. Scheinux. Ein Pokémon, was früher in die Rates kam. Stufe 1. Man nur daraus ziehen konnte. Dann auch aus Eiern ziehen konnte. Dann hat es ein C-Day erhalten. Hat es überhaupt ein C-Day gehabt? Ich weiß es gerade gar nicht. Das sieht trotzdem cool aus als Shiny. Dieser Goldklumpen. Ich habe ein paar Krypto-Scheinux. Die relativ auch gut sind. Da vielleicht noch ein paar Bonbons farmen. Um mir noch ein paar Elektroangreifer zu sichern. Denn Elektro habe ich noch nicht so viel Tarnpignon. Gibt massenweise Staub. De Denne ist der Schenaya ihr Lieblings-Pokémon. Wolli ist auch wieder süß und knuffig. Schanera, Arena-Verteidiger. Aber auch Absol mit Mega-Entwicklung. Und Emolga mit Süß-Bonus. Also es sind auf jeden Fall viele verschiedene Pokémon in vielen verschiedenen Bereichen. Die alle aber irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben. Ich glaube nichts davon ist jetzt wirklich langweilig oder doof. Also die Spawns sind cool. Raid-Kämpfe. Summer Sender. Stufe 5. Das erste Mal Shiny. Das wird auch viele Leute wieder anloggen. Dann gibt es eine Meisterwerk-Forschung mit einem Meisterball. Schon wieder. Zwei Stück konnte man ja bisher glaube ich kostenlos kriegen. Jetzt kann man sich einen Meisterball für 7,99 Dollar kaufen in der Forschung. Es sind aber auch 18.000 EP drin. 10.000 Staub. Begegnungen mit Event-Pokémon wie Galaporenda oder Galapantimus. Also wer das Galapantimus-Ticket damals verpasst hat, auch die Events verpasst hat, noch gar keins hat, kann sich hier einen Pandifrost dann sogar sichern und Lauchzelot holen. Ich bräuchte das Ticket jetzt wieder mal nicht unbedingt, weil da steht nichts von Raid-Passen, was mir immer wichtig ist. Brutmaschinen steht da auch nichts. Die EP, den Staub. Meisterball. Ich habe bisher noch nie einen Meisterball benutzt. Weder auf meinem Hauptaccount damals, noch auf dem Habanero Lime. Den Free-to-Play-Account wurde bis jetzt ein Meisterball genutzt. Also meistens reichen die Bälle, wenn man einen Raid hat und Abenteuerrauch nutze ich auch so gut wie nie, dass mir da ein Galapogel begegnet. Aber ja, die meisten Leute nehmen die Meisterbälle für die Galapögel, wenn die die im Abenteuerrauch sehen. Wenn jetzt ein Shiny kommt, sagen die Leute wieder, das bleibt doch garantiert drin, da brauchst du auch keinen Meisterball. Aber wer noch gar keinen hat und so einen mal möchte, der könnte natürlich diese 8 US-Dollar investieren. Also ich brauche die nicht. Wenn sie mir jemand gibt, okay, versuche ich wieder ein Video zu machen über die Aufgaben und die Belohnungen. Täglicher Abenteuerrauch. Das ist ja das Wichtigste eigentlich an dem Infovideo. Mit einer gehörigen Portion Glück könnt ihr in Pokémon Go erstmal chillenden Galactos, Zapdos und Lavados begegnen. Normal hat man ja eine gehörige Portion Glück gebraucht, um überhaupt mal den Pokémon zu begegnen, diesen Vögeln. Jetzt brauchst du eine Portion Glück, um die Shiny-Version zu bekommen. Heißt das denn, dass sie dann trotzdem jetzt im Abenteuerrauch während des Events häufiger spawnen? Da würde sich der eine oder andere darüber freuen und man dann Glück haben muss auf das Shiny. Und nach dem Event sind die wieder seltener, bleiben aber als Shiny aktiv. Es gibt ja Sachen wie Meltan, was nur in einem Meltan-Event Shiny sein kann. Ansonsten kann das aus der Wunderbox nicht Shiny sein. Das wird nicht eingeführt und bleibt dann drin. Es ist nur zu einem Event Shiny aktiviert und dann wieder abgewählt. Wie würde das jetzt bei den Vögeln sein? Ich könnte mir vorstellen, die werden als Shinies eingeführt, bleiben dann als Shinies verfügbar, aber sind halt trotzdem mega selten aus dem Rauch erstmal und noch seltener dann eben als Shinies. Außerdem können ab dem Event auch andere Pokémon durch den täglichen Abenteuerrauch erscheinen. Viel Spaß beim Entdecken. Trainer, es gibt wieder Sammler-Herausforderungen, wo es am Ende dann wieder bestimmte Pokémon gibt, bestimmte EP, bestimmte Hyperbälle, ja. Was sind bestimmte Hyperbälle? Also Hyperbälle einfach. Event-Pokémon, alles. Man kennt das ja. Es ist immer hier, fang dies, entwickle das, brüte das. Das war, glaube ich, noch nicht dabei. Belohnungen für Feldforschung haben wir auch hier dabei. Feldforschungen wieder an das Event geknüpft, wo es auch EP, Staub und bestimmte Event-Pokémon gibt. Den Webstore, da haben sie wieder was reingepackt, was wir wieder überspringen. Webstore habe ich nichts mit am Hut, ihr könnt da reingucken. Ich gucke immer nur, was im Shop so da ist, obwohl ich mir das meistens auch nicht kaufen kann. Webstore geht nichts, da müsste ich ja Geld reinstecken, aber im normalen In-Game-Shop kann ich ja mit den Coins aus den Arenen mir ein Päckchen schnüren, was ich im Webstore eben nicht kann. Aber Showcases, weil das ja wieder übers Wochenende stattfindet und die ganze Woche, müsste es in dem Event also zwei Showcases geben, Samstag auf Sonntag und dann Monag auf Mittwoch. Passt. Da müsst ihr dann die Gala-Vögel in die Showcases setzen, um zu gucken, wer das Größte hat. Nee, da werden wahrscheinlich von den ganzen wilden Pokémon, die da erscheinen, welche drin sein. Aber das klingt doch erstmal nach einer guten Sache. Sagen wir mal, Sender, Shiny, die Gala-Vögel, Shiny, vielleicht die Gala-Vögel auch erhöht aus dem Rauch, wer da noch keins hat, sich was sichern kann. Ihr könnt euch nochmal einen Meisterball sichern und viele interessante wilde Spawns, sehe ich da zumindest. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dein Peace out vorhaut, euer Ramses. Allen anderen noch einen schönen Kindertage wünscht, der aber irgendwie nur in Thüringen hier jetzt ist und deswegen hier nichts auf hat und man, um Brötchen zu holen, nach Bad Rodach fahren muss, weil es irgendwie näher dran ist, oder gleich nach Coburg zum Burger King. Wer braucht schon normale Brötchen? Und morgen dann hoffentlich Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und am Sonntag ist ja der Abenteuer, ach, der Forschungstag, aber da mache ich die Ausbeute dann am Montag, weil am Sonntag ich das Psychoticket zeigen, also es ist alles ausgeplant, Dienstag schon wieder Gewinnspiel, Mittwoch schon wieder Raid am Mittwoch, also am Donnerstag habe ich dann vielleicht endlich Zeit, mein Mewtwo-Video hochzuladen. Ne, das dauert noch. Peace out vorhaut, euer Ramses. Freut ihr euch auf das Event? Schreibt's rein.